Das heißt, ich kann aufnehmen. Ja, in der Tat. Boah, jetzt habe ich schon Aufnahme gedrückt, ey. Wir sehen hier die technischen Schwierigkeiten eines Nergowix hier. Ja, ich war nämlich, wir waren auch gerade im Strandbad irgendwo. Nein, ich sowieso nicht, aber Zyrok war da ja am Sonntag. Ich war angeblich am Strandbad. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft mit Zyrok. Es gibt eine neue Minecraft-Version. Ja, und was die kann, hat mir Nergowix vorgelesen, habe ich aber nicht aufgepasst. Genau, das hat nicht zugehört, deshalb werdet ihr es jetzt heute auch nicht erfahren, nur um Zyrok zu ärgern. Genau. Natürlich nicht, also es gibt irgendwelche neuen Farbblöcke. Können wir vielleicht ja mal verwenden für unseren Boden, aber für Teppiche geht das ja gar nicht. Dann gibt es Papageien, das finde ich geil, aber da muss man den Dschungel für finden. Ja, da haben wir noch keinen gefunden. Oder zählt das als, nee, das war irgendwie eine Taiga, irgendwas mehr, ne? Das ist Taiga. Warum stellen Sie jetzt die ganze Zeit rechts oben, fälle den Baum? Weil du wahrscheinlich angefangen hast. Es gibt jetzt scheinbar Hinweise, was man machen muss. Ich habe auch ganz viele Entwickler. Ja, ich habe schon mal Minecraft gespielt, die Entwickler. Oh, da ist ja, wo ist denn Emil und... Die Detektive. Der andere und... Ganz viele Sachen im Moment, ich wollte jetzt eigentlich Wolle holen. Wolle, Wolle, Lösekaffee. Wolle, Lösekaffee. So, Funfact hier von gestern. Großer Funfact. Ist, passiert noch nichts. Nergorex hat sich das Spiel Counter-Strike Global Offensive gekauft. Ja, und Zag voll abgezogen. Er ist korrekt. Erstmal zwei Stunden gebraucht, um herauszufinden, wie man gegen Bots spielen kann. Ja, also Zag hat sich eigentlich eher selbst abgezogen. Ja, das stimmt. So, ich packe jetzt einfach mal dumme Sachen da rein, weil ich keine Lust habe, die wegzusortieren. Oh ja, das ist eine gute Idee. Kann ich das auch machen. So, nee, du musst die einsortieren. Du bist doch so gut da drin. Wir haben bestimmt irgendwo noch eine Schere, egal. Buddha, hurra, die Ferien sind da. Nein. Keine Ferien, Zag, wir müssen doch jetzt ganz viel vorproduzieren. Da gibt es doch keine Ferien jetzt. Da hast du Ferien. Aber kann ja auch Artcraft von uns vorproduzieren. Nergore hat ja wieder... New Recipes on launch. New Recipes on launch. Wie geht das? Weiß ich nicht. Gibt ein Recipe-Book. Ihr seht, wir kennen uns wunderbar mit der neuen Microsoft. Sprachausgabe aktiviert alles. Stimmt, das ist voll geil. Das wollte ich auch machen. Jetzt kann ich ein Boot craften. Das ist ja toll. Nur weil ich das Wasser bewirkt habe. Wo ist denn hier unser Eingang? You are a pirate. Ich habe einfach einen Shit geschrieben. Achso, STRG-B. Da machst du das an. Dann steht oben rechts... Das ist Narrator, Nara, distal. Was? Der hat irgendwas Englisches auf Deutsch vorgelesen. Ich habe geschrieben, you are a pirate. Das ist... Deutsch. Schreib mal noch was. Energorix sagt, keine Disruptoren für Zahl. Das ist doch geil. Was passiert eigentlich, dass ich das hier mache? Zahl Rock LP sagt ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd trittst du nicht nein es ist ein ich bin wieder so ein geworfen und er ist nicht der klassiker ist das hier geht das eigentlich auch oder passiert dann wir probieren dass wir die sprachkommunstig drei milliarden drei hundert 333.000 333 wir werden heute die ganze Folge nur mit diesem alles vielleicht kann ich ja bitte nochmal hören drei milliarden drei hundert drei und 30 millionen drei hundert drei und 30 1333 nergorix sagt schnauze zahlrock lp sagt der mai ist gekommen die bäume schlagen aus 1333.000 was das ist jetzt so gut das ist super ey der rock lp sagt wer sie sind wir müssen das erst mal probieren tut mir leid liebe zuschauer aber nergorix sagt dass ich an 2 amerikaner wo behaupten tut warum 2 das ist nicht an 2 amerikaner wo behaupten tut 2 das ist nicht an 2 amerikaner wo behaupten tut warum 2 da steht da wo behaupten tut 3 das ist nicht an 2 das ist nicht an 2 oder so zahlrock lp sagt dass sie sind amerikaner 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 so was machen wir denn jetzt sinnvoll ist was ist denn der plan heute außer den ding jetzt ausprobieren was ist das denn für ein komischer teppich das ist ein geiler teppich okay ich bin hier ja immer so aber geil ich finde es schön dass wir teppich gekauft haben und dann die tische ausgeschnitten haben ja rosenrot haben wir nicht rosenrot das ist mein leid sagt rosen sind rot ach so ich habe das auch noch angezeigt ich habe immer auf die umme hauen immer auf die umme hauen ja für die leufe die blinden zuschauer er hat er sich blöde an deutschversionen er ist er auf deutsch weil bei mir hat er gelesen seyrok EP Hass Mardesee Advancement Svet Drems. Hat der das wirklich so gesagt? Ja, genau so. Hast du mal an die Advanced-Stimme? Die meinen halt, dass das Deutsch ist, was da steht. Das können wir ja nicht erkennen. So, wie schreibt man denn jetzt deinen Formel-1-Sound? Äh, keine Ahnung. Nergorix sagt Nitz-Z TPTM. So nicht. DPTM, so was müssen wir denn jetzt machen, Nergorix? Ich muss mir erstmal mal Pfeile holen, weil da steht ein Creeper rum und den würde ich jetzt in die Luft stecken. Da kann man doch gut hier die, die offen 좋아, die dial sonn Dragon. Z PH limp sagt Hilfe. ist jetzt schon das beste update das minecraft hier hatte weiß ich nicht was wirst du denn mit feilen das wird kein commentary von uns sondern wir lassen einfach den keeper zahlrock lp sagt Oliver Kahn Nergurix sagt mit Tim Wiese mit Tim Wiese okay ich hole mir da mal so ein paar Blümchen äh ich komme mit überlegen was für andere Blümchen oder so was wir noch holen sollen so gelben Blümchen gelbe zum Beispiel stehen hier oben ja die die da sind so viele die die kann man ruhig abpflanzen ja aber nicht alle wenn man so ein bisschen was übrig lassen dann ist schau wie guck ich denn in das Rezeptbuch wahrscheinlich so oder irgendwie so ne Advancements sind es übrigens und nicht mehr Achievements also das Ziel alle Achievements zu bekommen hat sich damit automatisch äh ich hab von übrigens ich hab von Nergurix äh ne schöne MP4 Datei geschickt die wird jetzt eingeblendet bei mir wird sie auch noch mal eingeblendet hier ich hab keine Ahnung warum ich das gemacht habe das ist doch zu gut das kann man jetzt immer mal dazwischen schreien kennt ihr vielleicht schon aus der Stargift Aufnahme von mir das kann sein lege ich auch mal da runter wenn du rumraged oder wenn du geblendet jaaah oh hier sind ganz viele rote Rosen sehr gut yeah rot ist das nicht auch ne Sendung von irgendwie ARD oder so das hab ich gerade doch schon gesehen wie der mir einfach nie zuhört ja ja ist ja gut Mono läuft man hier eigentlich schneller drauf auf diesem Boden ja das ist Speedboden stimmt ist ja interessant eh eh hauen also was wir denn noch eigentlich also wir müssen also irgendwie müssen wir jetzt unser Haus da irgendwo ja wir machen da Pilze rein ja wir müssen unser Haus du hast ja gesagt du willst ja nicht mal so lange spielen wir müssen nämlich Anno spielen und Rollercoaster Teig und der gibt es im Moment nämlich für nein das ist ja jetzt übertrieben aber ich würde sagen wir machen unser Haus fertig und dann versuchen wir uns aufzumachen ins Ende wir können auch Kongo Stripe wo bist du denn hin ja auch mal für die Tische weiß ich nicht wahrscheinlich Eische ne sooo am besten werden wir jetzt brechen Zahl Rock LP sagt Ische nicht Ische das passiert wenn ich das hier einkriebe oh Zahl Rock LP sagt Hül Dürüm Hül Dürüm Hül Dürüm es lag es lag es lag es lag wo bist du denn hin wo ist denn eigentlich heim nach Hause welche Richtung war das denn weil ich weil ich mach hier schon wieder überhaupt nix hier bin ich denn auf den Zaun gesprungen gerade eben so kann man auf den Zaun springen das ist interessant Zahl Rock LP sagt C-H-Eater C-H-Eater macht immer dieser C-H-Eater das beste Update nicht nur von Minecraft ich hab das Gefühl ich laufe in die falsche Richtung das ist doch ein tolles Haus Nergorix sagt haben wir noch Glas Zahl Rock LP sagt ja in der Truhe Nergorix sagt ich sage jetzt nichts mehr sondern lass nur noch die olle reden zwinkernder lachender smiley LK sagt ich bin hier falsch aber nicht vergessen Zahl Rock LP sagt zwinkernder lachender smiley ist ja der Schild kannst du bitte mal die Koordinaten durchgeben Nergorix sagt trauriger smiley da ist ja der Steak Nergorix sagt Steak oder Steak das ist hier die Frage Zahl Rock LP sagt das bleibt alles so wie es hier ist Zahl Rock LP sagt halt stopp Nergorix sagt erstmal ab auf die stille Treppe ich hab das Gefühl dieses Update läuft aus dem Ruder ja wir können hier unter dem Tisch das nicht setzen das ist voll blöd das sieht echt scheiße aus das stimmt wie lösen wir dieses Problem weißt du jetzt Glas komm mal kurz gucken das ist in dem Haus in unserem Lager da kann ich kurz mitnehmen ja mach das mal und auch am besten wenn wir noch haben Eichenholz haben wir alles hier Fichte 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 ähm was haben wir gebraucht Glas wie viel Glas brauchen wir denn und Glowstone vielleicht auch irgendwas wie viel Glas brauchen wir denn ja schon so ein bisschen weil wir haben zwar in der Küche und im Wohnzimmer Fenster aber sonst noch überhaupt nicht alles klar nehm ich mal ein zwei Stacks mit und was brauchen wir noch Glowstone haben wir nicht mehr so viel haben wir denn noch genug Eichenholz oder soll ich nochmal fällen gehen ich hab drei Stacks bei ich weiß nicht ob das reichen wird kannst du mir mal einen geben Dankeschön ich wollte das auch schon vorher schreiben sag Dankeschön vor allem dass der auch immer SES vorher sagt bei mir sagt der SES achso ok das liegt ja nur daran dass ich das englische integriert hab aber trotzdem ist die Google Stimme die Deutsche das ist ja auch ein B merkwürdig ZahlrockLP sagt das Simon sagt das Mono sagt das Sepp gemacht hat Na was machst du denn da? Nergorix sagt wo bleibt denn Kai Ebel? Ich muss mal hier kurz ins... Das ist das beste Update ever. Ja, das stimmt allerdings. So. Mein Handy klingelt auch. Das interessiert mich aber nicht. Das ist sowieso nur wie der Sepp oder so. Das kann der aber gut. Funktioniert er eigentlich auch? Yes! Der kam bayerisch. Nergorix sagt Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt Brautkleid. Du musst eigentlich mehr auf Englisch schreiben. Das finde ich, glaube ich, bescheuert. Was zippt der denn jetzt schon wieder von dem Roman da ein? Zahl Rock LP sagt der kleine plappernde Kaplan klebt poppige peppige Pappplakate an die klappernde Kabelwand. Das ist halt blöd, dass die sich nicht versprechen kann. Ich geh da weg! Ich geh da weg! Ich geh da weg! Boah, stell dich immer davor! Ja, ich gucke! Was ist das denn? Ja, sonst sieht das so scheiße aus. Lass ihn mal! Mach ihn mal wieder da hin! Du hast ihn. Ich hab's. Wenn du jetzt da noch was ziehst, dann sieht das aus wie so ein kleines Schränkchen mit Schuhen oder so. Na gut. Einen Kamin wollte ich auch noch bauen. Ich hab übrigens Glowstone dabei. Ich weiß nicht. Dieser Stuhl! Dieser Stuhl. Wird kein Weicher sein. Das sind die schlimmsten Musiker, die ich hier gehört habe. Ey, nach Money Boy. Die Söhne Mannheims. Wir müssen den jetzt Lieder singen lassen. Nergorix sagt, dieser Weg wird kein leichter sein. Der kann ja nicht mehr vernünftig Deutsch! Was ist das denn? Dieser Weg. Der hat Konrad eingesprochen. Das ist gewollt. Schauen, wenn ich das hochschreibe. Der Wurix sagt, dieser Weg wird kein leichter sein. Okay, man muss scheinbar doch auf große kleinen Treibungen. Zahl Rock LP sagt Wuife. Wuife? Zahl Rock LP sagt Olle zu Wuife, Trogistan er ihn. Wieso haben wir schon getrogestan? Was ist das denn? Ich bin verwirrt. Ich weiß gerade nicht, was ich machen will. Ich weiß gerade nicht, was ich machen will. Ein Kabin wollte ich bauen. Wo kann ich die denn hinbauen überhaupt? Ich muss ja irgendwo einen Schornstein dafür einbauen. Zahl Rock LP sagt Gn. Gn? Warum startet der denn Gn und nicht Gn dann wenigstens? Ich kann schon wieder schlafen. Hat er aber bei dir auch Gn gesagt? Zahl Rock LP sagt Gn. Oh, das geht. Das geht. Nergorix sagt GLHF. Naja. Kann ja nicht alles haben. Wir haben hier effektiv noch nichts geschafft, ne? Witzig. 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 Nergorix sagt Witzig. Nergorix sagt Witzigkeit kennt keine Grenzen. Zahl Rock LP sagt Gunrel. 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 Witzig. Was sagt der denn immer nicht? Was sagt der denn eigentlich? Zahl Rock LP sagt Gn. Wir haben das bisher immer falsch ausgesprochen. Nergorix. Ja. Und er selbst auch. Witzig. Wobei. Seinen eigenen Namen sagt man ja eher selten. Naja. Also Einluder Matthäus. Ja das stimmt. So, was haust du denn da gerade um? Ich haue Ziegen in. Ziegen vor allem. Klar. Äh. So. Ich wollte auch noch einen Kamin machen dazu. Und wir uns mal so. Kringen. Stein. Zahl Rock LP sagt meine Freundin kann ruhig eine Ziege sein. Weil ich hab da mit dem Vera-Fack jetzt endlich gesehen. Boah. Endlich. Die nach gefühlt acht Jahre zu spät. Endlich. Endlich. Boah. Ich bin manchmal so verwirrt und weiß nicht. Oh. New Recipes Unlock. Weil das steht bei mir auch. Aber warum? Wenn ich Glas rausgeholt habe. Ähm. Dreistecks Glas dabei ne? Stein. Ganz normal Stein. Haben wir überhaupt keinen Stein? Doch. Den haben wir hier in die Gerümpeltruhe geworfen. Wir haben sogar schon echten Stein. Schauen wir uns besser aus. Echter Stein? Gibt dir auch falschen Stein? Ja. Das ist so ähnliches wie falscher Hase ne? Genau. Wir haben hier n Wither. Wollen wir den Wither nochmal? Aus Jux und Dullerei. Nein. Wir wollen ja bald ins Ende gehen. Da freut sich Zeit schon drauf. Ja bald. Das ist was für ihn. Das weiß ich nicht. Aber dann gibt's. Der brauche aber Kuris. Nergorix sagt Elytra. Das geht ja so. Elytra. Damit kann man... Nergorix sagt Fliegne. Falsch aber egal. Fliegne! Nergorix sagt Fliegne. Ja! Fliegne! Fliegne! Net Huh zum Huhn. So. Ähm. Zahl Rock LP sagt Fliegön. Fliegön. Wo mach ich denn jetzt hier den Kamin hin? Weiß ich nicht. Schornstein dran machen. Wir haben keinen Fernseher. Das ist nicht so gut. Ähm. Hier ist nicht gut. Weil da räuchern wir dann den kompletten oberen Ding aus. Ja das würde ich ja dann anders legen. Aber das muss man ja dann irgendwie verzieren. Weil ich glaube hier ist strategisch am... Strategisch gezählt. Am sinnvollsten. Ist hier am sinnvollsten. Irgendwer macht gerade unter mir irgendwas. Der Braunschweig-Fan ist. Ne der ist ja über mir. So und jetzt hab ich keine Steine mehr. Dann nimmst du den einen den du falsch gesetzt hast. Nein! Der soll aber stehen bleiben. Weißt du gar nicht was ich bauen will. Doch ein Kamin. Das ist korrekt. Wir brauchen... Müssen wir jetzt wirklich Steine farmen? Nein ich hab doch schon. Uh. Yay. Und jetzt anzünden. Nein da müsste gleich sowieso eigentlich noch netherrack rein. Das war jetzt eigentlich nur provisorisch. Weil ich mir das ein bisschen vorstellen kann. Der sieht jetzt mehr aus wie ein Thron als ein Kamin. Lass mich. Game of Thrones mäßig und so. Yay. Eingenommen müsste das ja offen sein wenn wir hier ganz korrekt bleiben wollen. So jetzt bräuchte ich die hier. Und ich brauch da sicherlich noch mehr. Aber ich mach die ganze Zeit überhaupt nix ey. Guck die Folge auf alle Fälle wenn du ja gerückst. Da seht ihr wenigstens nur ein bisschen Aktion. Du kannst ja nochmal schöne Sachen... Ach ich kann hier nicht hoch. Du kannst ja schöne Sachen wieder eingeben. Mit dem Zallrock LP sagt Echo. Echo. Waaaah! We meine Echo! Die Runde ist Echo-Nerrorix. Ach man. So wie ich das wollte. Wäscher. Jetzt komm ich wieder nicht hoch. Die Räuberleute! Du kommst ja auch so hoch, dann geht er weg hier. Das baut er jetzt wieder falsch, ne? Das war so klar. Oh, Fuhl! Wir müssen halt nur kurz von außen ran. Yay! Oh, und dann mussten wir, aber das geht nicht. Ja gut, dann machen wir das jetzt. Oh nein, nicht mit so einem Stein. Er zählt aber scheiße aus mit so einem Stein. Ja, der ist ja auch falsch gewesen. Die sehen so gleich aus. So, die bauen wir jetzt an. Ach, schon wieder der Falsche. Fährt jetzt fast das dritte Mal den Falschen. Nehmen wir doch den. Ach, Mann! Weißt du, wie das aussieht? Das sieht jetzt aus wie so, wenn wir hier irgendwo ein Knopf drin ist, könnten wir dann nach unten in die Beth-Höhle gehen oder so. Ach, scheiße. Was ist das denn? Ich muss mir das auch alle sehen. Ich hab das noch nicht. Ja, ich auch nicht. Das wäre doch eigentlich geil, oder? Also gut, dann müssen wir das natürlich hier unten anders machen. Aber wenn das so um die Kurve gehen würde, wäre geil. Ja, aber kein Kamin, der Rückscher wäre eine geschlossene Statue. Jaaa. So, anders kriegen wir das glaube ich nicht hin. Uh, nehmen! Was man noch gucken könnte wäre, ob wir... Können wir hier aus Hiveslabs machen? Zahl Rock LP, sagt SZ. Warum sagt der SZ, wenn er bei mir männlich steht? Weil er ein scharfes S ist. Mein Scharf, du kannst hier kein Schweiß gehen. Also ich hab, ich hab ne Weischniedelwolle. Kann man mal machen. So, jetzt brauchen wir zwei Netherrack, ein Feuerzeug und Iron Gates. Das werden wir diese Folge fertig kriegen. Dann müssen wir schon die nächste machen, denn wir sind schon ganz schön weit drin. So, äh... Zahl Rock LP, sagt zwei Netherrack. Ein Feuerzeug und noch irgendwas. Ja, was war denn das, noch irgendwas? Ja, weiß ich nicht. Das ist aber schlecht. So, zwei Netherrack. Nummer vier. Zahl Rock LP, sagt, ich weiß nicht so genau. Haben wir denn noch ein Feuerzeug? Äh, bestimmt irgendwo. Wie sieht der denn mit dem Texture Pack aus? Äh, das ist ja auch nicht das Schwierigste zu bauen. Ja, dann bauen wir eins. Ich brauche in der Zwischenzeit allen Gates, weil das war das letzte. Was ist denn hier drin? Mh, hier drin ist... ne Schere haben wir. Das hilft uns so gut wie ihn gar nicht. Was brauchen wir denn ein Flint und ein... Ach, schon. Alles muss man hier alleine machen. Ja, ich sammle währenddessen... Ich sammle währenddessen das Ei hier auf. Wir haben doch hier Flint drin. Fehlt, äh, ein Eisen. Muss wieder jetzt Eisen suchen. Schieb mich nicht immer durch die Gegend, dass mir... Äh, Nergowix? Ja. Aha. Das nimmt hier Überhand. Was nimmt hier Überhand? Emil und Hildegard haben sich gerade vermehrt. Das ist aber nicht einfach so. Wir hatten schon... Da ist aber ein... Da ist aber ein Minimun! Ja, wir hatten drei, aber warum ist vier? Hast du noch ein Ei geworfen? Nee, ich hab kein Ei geworfen. Können die sich nach dem neuesten Abbild selbst vermehren? Scheinmal. Dann haben wir... Dann müssen wir auf alle Fälle schnell fertig werden, sonst haben wir hier... müssen wir hier den Genozid ausrufen. Was wissen Sie denn mit dem Gitter? Folgen Sie mir? Fallen Sie mir! Eh, eh glo chiffon, na... echt in denoom, auarn,aleu, rund... Baby, dann fällt ein Ding er kaputt! Jetzt macht dann ein Ding her kaputt! und legst so Matsche rein! Wann fackelt die Bude ab? Da, da fackelt die Bude ab! Eigentlich müsste das dadurch jetzt eingedämmt sein. Ergurig, die Bude brennt! Wo? Ich hab gerade was ausgemacht, das Feuer. Ja, aber ich hab ja die Eisengätser vorgesetzt. Ich glaube dadurch, nein, das reicht nicht. Die Bude brennt, hier brennt alles weg! Oh Mann. Mach das aus! Ich helfe! Ich helfe irgendwie. Also man konnte das wirklich machen, man muss das nur irgendwie vernünftig einbauen. Ja, mit dem Gitter das gehen! Ja, das ging tatsächlich. Oh Gott. Dieser Stuhl. Ich weiß noch nicht genau, aber da gab es bestimmte Regeln, an die man sich halten muss, damit das geht. Bestimmte Regeln? Ich hab gewusste! Ich wusste ja eigentlich, dass das passiert. Nein, pick damit. Was denn? Was machst du denn? So. Wie kann man nach oben? Ich hab in der Folge noch effektiv überhaupt nichts gemacht. Wir sind 27 Minuten drin. Ich hab nur das hier gemacht. Was machst du denn jetzt? Wir bauen jetzt, das wird kein Kamin, wir bauen noch unten drunter. Das liegt daran, dass das kein solider Block ist, glaube ich. Wir bauen noch unten drunter so ein Dingens hier, so eine Art Plattform, da wird dann der Führerbunker draus. Ich glaub das geht nicht, wenn das hier offen ist. Ich finde auch schön, wie systematisch die Fackeln hier verteilt sind in den oberen Dingens. So, ich guck einfach mal in der Folge den Ergorex zu. Wir müssen jetzt erstmal gucken, also ästhetisch müssen wir gleich weiter so machen. Aber ich weiß nicht, dass das reicht. Das ist kein Problem. Ich weiß nicht, dass das reicht. Ich bin ja hier nur zum Zug. Oh nein, ich brauche einen Stein. Bruchstein. Ich hab Bruchstein dabei. Das hilft ja nicht. Ist Kohle dabei? Ne. Hol mal Kohle. Alles muss ich hier machen. Alles, weil du ja so viel machst. Es wird übrigens dunkel. Ende Iglu, Iglu, Iglu. So, wo ist denn Kohle? Da ist wieder ein Ei. Ähm. Wir haben offiziell vier Hühner hier drin. Kohle! Wie viel brauchst du denn? Nur so ein paar. Ich nehm mal sieben mit. Ne, Glu, Iglu, was tippst du da ein? Nein. Es ist zu lang. Oh, kann ich den Chat nicht nutzen. So, ich hab das jetzt schon selber gelöst in der Zwischenzeit. Jetzt hab ich auch wieder zu lang. Ich hab Kohlen gebracht. Schmelzt mir noch ein paar Steine. So, es kann sein, dass das immer noch nicht recht verliebt. Wie viel Stein denn? Ich hab nämlich nur drei Steine. Boah. Ey, Stein hast du nicht gesagt. Darling, hast du sie nicht mal da reingeparkt? Warum fragst du denn nur? Ja, ich hab erstmal geguckt. Nehm ich zurück. So, ich hoffe, dass es an soliden Blöcken lag. Wenn wir das jetzt noch mal probieren, dass nicht wieder alles abbrechen. Immer einmal in einer Etagen Höhe aufguck, ob alles abfällt. Ich stehe mal nur um. Jaaaa. Och, Menno. Nein. So, ich stehe hier oben. Unser Außenreporter, Zaro. Harry Hirsch. So, es könnte sein, dass jetzt nochmal anfängt zu brennen. Das ist aber noch okay. So, ab jetzt hoffentlich nicht mehr. Doch. Ähm, Nero. Ach man. Dann müssen wir das lassen. Dann müssen wir hier einen Kamin reinmachen, der nicht brennt. Und Nero, wir brauchen bessere Schamottsteine. Oder wie die heißen. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Nergorix sagt macht's gut. Tschüss. auf'res entries. minutos los geht'm. LA